Musik Dieser Tag habe ich mal wieder in die Theaterstücke von René Pollesch reingeschaut, dem hippsten deutschen Theatermacher der Nullerjahre. Mit seinem betont politischen, postdramatischen Theater lieferte er damals in den Nullerjahren regelmäßig den Schlager der Saison mit Mädchen in Uniform, Wege aus der Selbstverwirklichung oder Stücken wie Heidi Ho, die Interessen der Firma können doch nicht die Interessen sein, die Heidi hat. Etwas simpel gesagt artikulieren diese amüsanten, immer ironischen Stücke die Zurichtungen der Subjekte im Kapitalismus, dass wir uns selbst einpassen in das System, wie der Wunsch nach Selbstverwirklichung und Kreativität nur immer tiefer in diese Verstrickungen hineinführt und diese Ökonomisierung von jedem und allem, von den Gefühlen angefangen. Es gibt keine Freiheit jenseits der Repression. Die Vorstellung eines Autos jenseits der Unterdrückung unterstützt nur die weitere Entfaltung der Macht. Irgendjemand lebt mein Leben und das bin nicht ich, sagt Heidi Ho. Ich weiß gar nicht, wie ich für jemanden außerökonomisch empfinden soll. Die Verwertung deiner Subjektivität wird organisiert, verdammte Scheiße. Oder die Selbstzerstörung des Betriebs, der man ist, ist die einzige Lösung gegen den scheiß Neoliberalismus. Ich bin schwer besorgt über den Kapitalismus im Netz. Ich bin schwer besorgt über den Kapitalismus hier drinnen. Ja, das bin ich. Der ist irgendwie da drinnen und den kriege ich nicht mehr raus. Keiner kriegt das Kapital raus. Ja, und beim Nachgucken und Nachlesen von all dem, da kam mir der Gedanke, dass wir davon eigentlich schon Lichtjahre entfernt sind wieder. Ja, wir sind entfernt und auch nicht. Alles, was der Polish in diesen Stücken zur Sprache bringt, das existiert noch immer, unverändert. Klar, aber doch auch nicht. Das beschreibt Menschen, Subjekte in einem System, das ungemein erfolgreich ist. Das eine große Landnahme vollbringt, eine äußere Landnahme. Jeder Winkel der Welt wird der Markt und Warenwirtschaft untertan gemacht. Eine große Raumverdrängung, aber auch eine innere Landnahme. Die Psyche, die Gefühle, die Wünsche, das ganze Leben und Empfinden wird untertan gemacht. Also, es beschreibt ein ungemein erfolgreiches System. Eines, das siegreich bis zur Absurdität war. Und gerade dieser totale Sieg hat dann wieder Unbehagen in den Subjekten erzeugt. Die dagegen revoltierten und sei es bloß durch Gekäppel, dass das doch nicht das ganze Leben sein kann, dieses Angeschlossensein an die große Produktionsmaschine. Und es war ja das geraune Exaltiert der Minderheiten, die sich ja auch irgendwie avantgardistisch vorkommen konnten in ihrer Exaltiertheit, die sich ja auch von anderen abhob. Aber die allermeisten haben ja nicht gezweifelt am Kapitalismus. Und seine Wortführer, die haben mit brustgeschwellter, stolzgeschwellter Angeberei gesagt, dass das eben das erfolgreichste und funktionstüchtigste System der Geschichte ist. Und dass da nur Spinner was dagegen haben können, gegen diesen postmodernen, globalen Kapitalismus, den sich doch alle wünschen, von Manhattan bis in die hinterste Mongolei. Und da sind wir heute schon weit davon entfernt. Lichtjahre sind wir davon entfernt. Ja, weil er sich selbst kaputt gemacht hat, der Kapitalismus. Weshalb man ihn neuerdings auch unter einem neuen Namen kennt. Unter dem Namen Kapitalismus. Ja, Kapitalismus. Jetzt war er gerade so erfolgreich, der Kapitalismus, und schwupp, schon ist er kaputt. Der Kapitalismus. Und man könnte ihn natürlich reparieren vielleicht, aber das ist natürlich verdammt schwierig mit dem Kapitalismus, weil wenn ein Auto kaputt ist, dann fahre ich das zum Mechaniker und stelle es ab und der hebt es auf die Bühne und schaut drunter und dann repariert er jetzt das Auto. Aber den Kapitalismus, den kann man ja nicht abstellen, weil wenn man den mal abstellen würde, der wäre ja gleich kaputt. Also muss man ihn in voller Fahrt reparieren. Aber versuchen Sie das mal bei einem Auto. Sagen Sie Ihrem Beifahrer, du, du fährst einfach gerade weiter und ich kletter unter das Auto und versuch's zu reparieren. Aber pass mir auf die Schlaglöcher auf. Naja, zum Glück gibt's ja heutzutage keine Schlaglöcher mehr, weil in der Zeit, wo er so ganz erfolgreich war, der Kapitalismus, hat man sich alle zugestopft, alle Schlaglöcher. Aber jetzt, jetzt mit dem Fiskalpakt gibt's jetzt kein Geld mehr für die Schlaglöcher. Also die kommen wieder, die Schlaglöcher. Und wahrscheinlich ist der Kapitalismus erst kaputt gegangen, weil er so erfolgreich war. Er ist am eigenen Erfolg irre geworden. Und dann neigt er dazu, sich selbst kaputt zu machen, der Kapitalismus, weil er eben und die glücksten Ökonomen der Neuzeit haben das gewusst. Ein höchst filigranes, zerbrechliches Zeug ist der Kapitalismus. Und wenn man den nicht ordentlich in ein Korsett legt, sodass er nicht so viel Bewegungsspielraum hat, der Kapitalismus, dann macht er sich selbst kaputt. Ich grabe mich gerade durch die Bücher von Heiman Minzki durch. Das ist so ein amerikanischer Ökonom, der 1996 gestorben ist, von dem niemand etwas wissen wollte zu Lebzeiten. Aber seit der Finanzkrise gibt's den großen Minzki-Boom in der Ökonomenbranche, weil er das alles so schön beschrieben hat in seinen Büchern, die so schöne Namen tragen wie Instabilität und Kapitalismus oder Stabilizing an Unstable Economy. Weil er genau beschreibt, wie insbesondere das Finanzsystem, wenn man es von der Leine lässt, in Boom-Zeiten voller Euphorie, notwendigerweise immer neue Risiken eingeht und wie dann auf Kredit investiert wird und wie dann alle Wertpapiere im Wert steigen und die Kredite sind mit diesen Werten ja besichert und wenn die dann in den Keller fallen irgendwann, die Wertpapiere, dann platzen die Kredite. Und wenn das ganze System zu einem Ponzi- und Pyramidensystem geworden ist, bis dahin, und das wird es in der Euphorie notwendigerweise, vor allem wenn man dereguliert und Banken alles erlaubt, dann ist er da, der große Pallawatsch. Dann müssen diese plötzlich überschuldeten Banken und die anderen Marktteilnehmer die Papiere in Panik verkaufen, worauf die natürlich noch mehr und noch tiefer in den Keller fallen. Und so geht's bergab. Und da stecken wir jetzt drin, seit vier Jahren in dieser Abwärtsspirale. Und von dieser aufgeblasernen Angeberei derer, die behauptet haben, das ist das beste und funktionsdüchtigste System, ist nichts übrig geblieben. Die wären heute schon zufrieden, wenn er nicht gänzlich mit einem großen Schepperer auseinanderfällt. Der Apparat, dieser scheppernde, keuchende Kapitalismus. Und wer sagt, dass wir unsere Welt zu einem unfairen und perversen Wettcasino gemacht haben, na, der ist heute kein exaltierter Einzelner mehr, na, der rennt heute eh schon alle Türen ein. Und aus Freude, Euphorie oder sonst irgendwas macht heute keiner mehr mit, sondern nur mehr aus Angst. Aus Angst, was geschehen könnte, wenn er endgültig kaputt geht, der Kapitalismus und es nicht gelingt, ihn bei voller Fahrt und wildem Geschaukel zu reparieren.